Mein Name ist Jürgen Winter, ich bin Geschäftsführer der Firma Winterfahrzeugtechnik. Die Firma Winterfahrzeugtechnik wurde 1990 von meinem Vater gegründet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter hier am Standort in Eichenzell in zwei Werkseinheiten. Die Firma Winterfahrzeugtechnik besteht aus zwei Marken, Winterkühlfahrzeuge und Winterpharmatransporter. Wir produzieren Kühlfahrzeuge für den Transport von Lebensmitteln und Pharmaprodukten und für Produkte aller Art, die temperaturgeführt transportiert werden müssen. Der Kunde soll uns seine Wünsche schildern und wir erarbeiten mit ihm im Beratungsgespräch die Lösung für seinen Einsatzzweck. Das System Winterkühlfahrzeuge besteht aus einer Fülle von Produktionsschritten, beginnend beim Werkzeugbau, der Herstellung der Formen im Haus, der Produktion unserer GfK-Bausätze, der Montage des kundenspezifischen Zubehörs und der kältetechnischen Einrichtungen. Wir fertigen ein Fahrzeug nach Maß. Winterkühlfahrzeuge kann mit seinen Isolierbausätzen alle europäischen Transpordermodelle und Modellvarianten bedienen. Unsere Fahrzeuge werden handwerklich gefertigt mit einem hohen Qualitätsanspruch, um beim Kunden über Jahre hinweg es sicher, ihren Dienst versehen zu können. Als Kühlfahrzeughersteller bieten wir unseren Kunden ein Paket, nicht nur ein Kühlfahrzeug. Wir bieten ein Paket an von der Beratung, von der Planung, von der Produktion bis zur Auslieferung und dem Service im After Sales. Die daraus resultierende Kundenzufriedenheit zeichnet unser Team aus. Wenn ein Winterkühlfahrzeug, welches aus den unterschiedlichsten Komponenten besteht, die in hoher Qualität zusammengefügt wurden, unser Haus verlässt und beim Kunden zuverlässig seinen Dienst versieht, so dass er erneut bei uns ein Fahrzeug kauft, so ist dies das größte Kompliment für unser Haus und unser Team. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020